Hallo, guten Abend, hier spricht die Polizei. Wir führen hier in der Diskothek eine Personenkontrolle durch. Verhalten Sie sich bitte ruhig. Sie bekommen also von den Polizeibeamten jetzt gesagt, wie Sie sich zu verhalten haben. Bleiben Sie jetzt zunächst mal an Ihren Plätzen. Wie gesagt, das ist eine Personenkontrolle. Die Sache ist uns genauso unangenehm wie Ihnen. Wenn Sie sich den Anweisungen der Polizeibeamten fügen, werden wir die Sache so schnell wie möglich über die Bühne kriegen. Das ist eine Personenkontrolle. Das ist eine Personenkontrolle. Gottいく私- Energy. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020